Wisst ihr, es gibt so Neigungen und Fetiche und wenn man bestimmte Gedanken hat und ganz genau weiß, dass dieser Fetich, diese Neigung nie richtig ist, sollte man verdammt nochmal einen Arzt aufsuchen. Man sollte diesen Fetich nicht ausleben, man sollte sich definitiv eine Person anvertrauen und wenn man das nicht machen will, sollte man mit einem Arzt darüber sprechen und sagen, ey, pass auf, ich denke über das und das nach, das und das beschäftigt mich die Tage oder die letzten Jahre und ich würde das gerne behandeln lassen und das sollte man definitiv nicht ausleben und dann sollte man auch definitiv, wenn man sowas auslebt, sollte man definitiv auch mit dem Schall rechnen und sich nie danach wundern, oh, wie kann das nur passieren. Ja, ich habe mir das von Ihnen das Statement gestern angehört, ich war übelst schockiert, der hat sehr viel gesagt, aber auch nichts gesagt, also gar nichts darüber, gar nichts über die Vorwürfe gesagt, der hat so da drum schwadroniert, wirklich, der hat so viel gesagt, aber eigentlich gar nichts. Yo, Freunde der Rapmusik, momentan gibt es ja mal wieder einen heftigen Skandal rund um das Thema Sinanji. Sinanji ist eigentlich ein Rapper und auch Twitch-Streamer, der in letzter Zeit sogar sehr erfolgreich ist, von dem allerdings in letzter Zeit immer sehr perverse Videos veröffentlicht werden. Unter anderem werden immer wieder Videos veröffentlicht, wo er sich selbst befriedigt und sich alle möglichen Dinge hinten rein... Und ich muss aber auch ganz kurz was noch dazu sagen, er hat sich ja in seinem Statement darüber aufgeregt, ja, wieso werden hier meine privaten Bilder, privaten Videos, wo ich definitiv nackt zu sehen bin, wieso werden die rumgeschickt? Ey, das habe ich mit zehn Jahren schon gelernt, dass man solche Bilder definitiv nicht rumschicken soll. Ist egal, ob das die Freundin ist, ist egal, wer das ist, sowas schickt man einfach nicht rum. Und man muss doch klar einen Menschenverstand haben, um über die Konsequenzen nachdenken zu können. Jeder kann doch überlegen, okay, was ist, wenn ich jetzt meiner jetzigen Freundin die Bilder schicke und es kann ja mal passieren, dass man sich mit der jetzigen Freundin, mit der jetzigen Affäre irgendwie streitet und dann kann es ja mal passieren, dass diese Person dann die Bilder veröffentlicht. Und sowas lernt man halt einfach schon mit zehn Jahren und sowas sollte man auch nicht verschicken. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass halt irgendwann solche Bilder mal auftauchen oder solche Videos. Einschieb. Darum soll es aber nicht gehen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen pervers, aber ganz ehrlich, jeder soll seine Sexualität einfach so ausleben, wie er das für richtig hält. Er schadet damit ja keinem anderen. Außerdem muss man sagen, dass Männer im Gegensatz zu Frauen halt einen G-Punkt haben. Also ich habe noch keine Frau gefunden, die einen hatte. So, und der liegt leider am Hintern. Ist auch wirklich sehr weird gemacht. Und ich habe gehört, dass der Orgasmus besser sein soll, wenn man sich hinten was reinsteckt. Hat mir 61 Minuten Sex erzählt, der geilste YouTube-Kanal immer, der allerdings nicht mehr existiert. Ja, den gibt's immer. Nur diese perversen Videos wären jetzt natürlich kein Problem. Würde es da nicht eine 11-Minuten-Aufnahme geben, wo er die ganze Zeit die zweijährige Nichte seiner Ex komplett sexualisiert? Ich spiele euch hier mal einen ganz kleinen Ausschnitt rein. Ich habe das Ganze aber so verändert, dass man das nicht mehr darauf in Bezug bringen kann. Weil sowas möchte ich hier natürlich auch nicht verbreiten. Aber nur damit ihr wisst, worum es ungefähr geht. Ich bin da auch da. Also ich bin in den Locken und ich bin in den Campen und ich bin in den Campen und ich bin in den Campen. Ich bin einfach das für die Kleine von den Campen und sage, ich bin in den Campen. Ach, das ist so... Ich bin in den Campen und die Kinder. Ich bin in den Campen und so. Ein Teil dieser Aufnahmen wurde bereits... Ey, da würde jeder gesunde Menschenverstand schon sagen, ne? Wenn man solche irgendwie... Ne, weil ja auch viele sagen, ey, das war Dirty Talk und sowas. Aber wenn man solche Gedanken hat und vor allen Dingen sowas noch in Telefonat sagt... Würde, wenn man gesunden Menschenverstand haben, danach doch mal überlegen... Ey, scheiße, was habe ich hier für einen Mist gebaut? Man kann doch kein kleines Kind, selbst wenn es Dirty Talk war, man kann trotzdem kein kleines Kind da mit reinziehen. Und sich dann, wie schon gesagt, auf den Widerschall wundern. Und ich glaube einfach, die Person, die das alles veröffentlicht hat, meine Fresse, die war einfach, ja, ich sag jetzt einfach mal so der böse Engel. So, irgendwann wäre es so oder so, sowas kommt irgendwann raus. Irgendwann kommt sowas raus. Weil viele Menschen können sowas nicht verstecken. So, irgendwann wäre es so oder so rausgekommen. Jetzt ist es von ihrer Seite rausgekommen, aber es wäre so oder so rausgekommen. Ist schon traurig genug, dass sowas geleakt werden muss. Also, äh, wäre ich jetzt so eine Person, ne? Also, was ich nie sein wollen würde oder sonst irgendwas. Aber wäre ich so eine Person, ich würde mir sofort, sofort... Selbst wenn ein Prozent Gedanke da dran wäre, würde ich mir sofort professionelle Hilfe suchen. Und sagen, ey, nee, das kann nicht sein, dass sowas in meinen Kopf rumschwirrt. Ich suche mir jetzt Hilfe. Ich lasse das jetzt behandeln. ...letztes Jahr geleakt. Damals hat man aber einfach gesagt, ja, kann ja zusammengeschnitten sein und so weiter. Im neuesten Statement von Sinan G, was auch gerade mal 50.000 Dislikes hat, ist der auch noch mal darauf eingegangen, warum das Ganze denn jetzt wieder veröffentlicht wird. Und dazu sagt er folgendes. Nacktaufnahmen, Tonmitschnitte mit meiner damaligen Affäre, die über einen längeren Zeitraum mit mir, äh, als ich was mit ihr hatte, das halt heimlich ohne mein Wissen aufgenommen hat. Ja, was soll ich euch sagen? Scheibchenweise von damals bis heute immer wieder was rausgehauen hat. Anscheinend wird er von der Person erpresst und bedroht, hat dafür jetzt aber auch keinen Beweis oder sowas. Sollte das natürlich so sein, ist das absolut widerwärtig und ich persönlich finde es auch generell weird, Leute privat aufzunehmen. Also jetzt klar, mit der Nichte kann ich das noch verstehen, dass man sowas sichern möchte, aber diese ganzen anderen Videos vor sich selbst befriedigt, das muss halt einfach nicht sein. Es hat mir auch mal eine Person einfach ein Sextape von ApoRed angeboten, wo ich auch so meinte, Yo, Bro, was juckt mich das, was er privat macht? Warum sollte ich sowas nutzen und veröffentlichen? Das sind einfach Dinge des höchst privaten Lebensbereiches und sowas muss einfach nicht sein. Allerdings muss man dazu sagen, dass das, was er zunichte gesagt hat, halt wirklich absolut krank ist. Also er wollte ja, dass sie vor die Kamera geholt wird. Er hat explizit gesagt, was er mit ihr machen würde und das Ganze kann man auch nicht verteidigen. Vor allem, wie dumm kann man eigentlich als Mensch sein, dass man überhaupt sowas live vor einer Kamera macht? Hm, also in der heutigen Zeit, wo sowas ja gar nicht aufgenommen werden kann... Das ist halt das Nächste, ne? Das ist halt einfach so das Nächste. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu sagen in der heutigen Zeit? Man muss ja damit rechnen, dass sowas definitiv aufgenommen werden kann und auch sollte, wie in diesem Fall hier. Und wie kommt man auf die Idee, wirklich so ein Gespräch so anzufangen, ein Kind zu sexualisieren und dann sich zu wundern, oh, das wurde ja aufgenommen. Wie funktioniert denn das? Wie kann man denn solche Gespräche aufnehmen? So, es ist halt genauso hirnrissig. Also, wie bescheuert kann man denn sein? Wirklich, wie bescheuert? Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendjemanden bedrohen würde am Telefon und ich mich dann wundere, oh, du hast es ja aufgenommen, meine Bedrohung. Oh, ja, ich habe jetzt eine Anzeige. Das ist jetzt doof. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie hast du das gemacht? Wie funktioniert denn das? Wäre es, glaube ich, wirklich das Klügste, die ganze Zeit irgendwelche Videos von mir rumzuschicken oder pidophile Sachen zu sagen? Was soll denn da schon passieren? Im Gegensatz zu vor einem Jahr kann man jetzt auch mehr oder weniger bestätigen, dass diese Aufnahmen anscheinend echt sind und auch nicht irgendwie geschnitten worden, sondern dass das wirklich eine richtige Aufnahme ist. Vor einem Jahr hat man ja nur einzelne Wortfetzen. Kleiner Funfact. Durch meine Ex damals war Bundesnachrichtendienst bei mir, weil die in der Sicherheitskriege. Sicherheitsstufe war. Das habe ich ja schon mal ein Video erwähnt. Und die wussten alles. Die wussten wirklich absolut alles über mein Leben. Wirklich alles. Auch was ich geschrieben habe auf WhatsApp und sowas. Und das müsste einem ja auch bewusst sein. Und man sieht es auch immer mal wieder, dass solche Chats dann geleakt werden. Und dass dann am nächsten Tag die Polizei ist. Also was erwartet man da? Was erwartet man da? Wirklich. Also ich verstehe. Also dümmer geht es gar nicht. Wirklich dümmer geht es gar nicht. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn er das vor der Polizei gesagt hätte. Der hätte sich den ganzen Quatsch mit dem Leak sparen können. Dann hätte der ein Gerichtsverfahren. Und das wäre aber alles vielleicht privat. Das wäre vielleicht alles gar nicht so rausgekommen. Ja gut, vielleicht. Na gut, ich denke mal, es wäre schon an die Presse rausgekommen. Aber, ne? Verstehe ich nicht. ... quasi gehört. Und damals konnte man halt jetzt nicht sagen, okay, ist das aus dem Zusammenhang geschnitten? Fehlt da irgendein Kontext? Geht es überhaupt um diese Nichte, die zwei Jahre alt ist? Das Ganze war nicht wirklich klar zu sagen. Christian Stahl und sein Kinderschutzbund haben die ungeschnittenen Aufnahmen und haben die wohl auch von Experten untersuchen lassen. Uns sind hier zum Entschluss gekommen, wie Bösemann in einem Video gesagt hat, dass die wirklich echt sind. Auch Bilesch, der Kollege von Boogie, mit dem der einen gemeinsamen Podcast hat, ist ebenfalls irgendwie ausgebildeter Tontechniker. Und auch der hat von diesem Kinderschutzbund diese ungeschnittenen Aufnahmen bekommen, hat die auch nochmal angeschaut und hat dann folgendes Urteil gefällt. Es ist zu null Prozent möglich, dass es unauthentisch ist. Es ist alles bewiesen. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen gerade von mir behaupten und würde sowas auch vor Gericht unter Eid aussagen, ist überhaupt gar kein Problem. Das ist... Ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, ne? Stellt euch mal vor, so eine Frau will von vielleicht von irgendeinem Sänger, ne? Oder von irgendeinem Star, weil die mal eine Affäre hatten oder sowas und die denkt sich so, okay, ich würde gerne an sein Geld dran. Und irgendwie muss ich den jetzt schaden, ne? Und dann auf Schadensersatz verklagen. Oder den halt bedrohen, ne? Dass er selber dann zahlt. Aber das macht man doch nicht mit so einer kranken Scheiße, weil man doch im Hinterkopf eigentlich schon hat, okay, wenn sich das dann herausstellt, dass es dann alles fake ist, ist, also es zerstört man ja erstmal das Leben von der einen Person, ne? Wo man die Behauptungen aufgestellt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sowas noch nicht in der Vergangenheit passiert ist. Das ist... Das ist schon mal passiert in der Vergangenheit, ne? Aber die Frau war sich ja dann natürlich auch in dem Moment bewusst, ey, er weiß ja auch ein paar Sachen über mich. Also er hätte mich ja in dem Moment liegen können und hätte vielleicht noch meine Adresse liegen können. Und da wären irgendwelche Leute aufgetaucht, die vielleicht zu der Frau gesagt haben, ey, ne? Gibt's jetzt Ärger oder so, ne? Also ich glaube, also die Affäre in dem Moment, also das wäre ja eh viel zu riskant gewesen. Die hätte das mit irgendwas anderes gemacht. Also wenn die Affäre irgendwie gesagt hätte, ey, ich will jetzt irgendwie, ja, ein bisschen Geld, ne? Ein bisschen Geld catchen. Da hätte die erst ja nur mit den Nackt-Videos und nur mit den, ne? Was er da alles da gemacht hat, machen können. Da hätte sie ja nicht so ein Fass aufgemacht. ... ein Cut ist, ohne Schnitt und in einem Dialog und dass alle Sachen, die ihr da draußen kennt, tatsächlich auf ein kleines Kind zu beziehen sind. Auf die zweijährige Nichte. Da mehrere Personen unabhängig voneinander das gleiche Urteil fällen, kann man zumindest Stand jetzt davon ausgehen, dass diese Aufnahmen anscheinend wirklich echt sind und Sinan das tatsächlich alles gesagt hat. Das Geile ist ja auch, Roos ist ja der Bruder von Sinan-G. Und natürlich versucht er, ihn die ganze Zeit zu verteidigen, was momentan einfach gar nicht mehr funktioniert. Und er hat auch auf dieses Video von B-Lash reagiert. Am Anfang zeigen sie halt quasi diese Aufnahmen. Ich kenne leider das Video von Roos, ne? Aber ich stelle mir gerade einfach so vor, das würde in meiner Familie passieren. Ich könnte trotzdem, ist mir scheißegal, ne? Man sagt auch immer, Blut ist dicker als Wasser, aber es wäre mir in dem Moment scheißegal. Und ich würde, wenn es jetzt ein Bruder von mir wäre oder sowas, ich würde meinen Bruder zum Arzt wirklich bringen. Ist mir scheißegal. Ich würde sagen, hier, bist du bescheuert? Ey, überleg mal, was du gerade hier gemacht hast. Überleg mal, was du da gesagt hast. Du solltest dir definitiv so schnell wie möglich Hilfe suchen. Oder ich suche dir Hilfe. Das ist mir scheißegal. In dem Moment würde ich definitiv nicht meinen Bruder verteidigen. Ich würde, ich würde ihn jetzt nie hier, keine Ahnung, äh, seinen Ruf irgendwie kaputt machen oder sonst irgendwas, ne? Also ich, vielleicht, ja gut, ist auch schwierig, sich als Bruder dann rauszuhalten, weil dann wird man auch definitiv angegriffen. Aber verteidigen ist da definitiv die falsche Option. Also hätte der Bruder Eier, würde der sagen, hier, pass auf, was mein Bruder hier gemacht hat, ist absolute Scheiße. Und das kann man mit nichts rechtfertigen. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Bruder definitiv sich jetzt Hilfe sucht. Und dass mein Bruder sowas nie wieder macht. Weil sowas kann man nicht verteidigen. Sowas kann man einfach nicht verteidigen. Es gibt keine Grundlage, wo man als Bruder dahinter stehen sollte und dann in der Öffentlichkeit sagen, ey, Jungs, Mädels, passt mal auf, das ist ja nicht so gemeint und ey, das war ja nur Dirty Talk. Macht euch jetzt nie so eine Welle drum und ist ja nicht so schlimm. Ich würde jetzt nie auf so eine Idee kommen. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich kenne sein Statement nicht dazu, was er zum Bruder gebracht hat. Aber er hat ihn ja verteidigt, also ist das schon schlimm genug. Aufnahme in dem Stichprogramm. Also, nicht schlimm genug. Also, wie schon gesagt, ich kann es verstehen. Aber ich kann es nicht verstehen, dass er ihn in der Situation verteidigt. Man kann auch eine Person verteidigen, indem man sagt, ey, pass auf, ich kümmere mich drum, dass sowas nie wieder in die Öffentlichkeit gerät. Und ich kümmere mich auch drum, dass nie wieder solche Gedanken in seiner Birne kreisen. Hört mal bitte auf, jetzt alle gegen ihn zu gehen. Ich werde alles in der Machtmögliche tun, dass jetzt dagegen vorgegangen wird. Das ist auch verteidigen. Und Mock ruft einfach bei Roos an. Mock auch einfach. Und versucht, das gegen zu argumentieren. Und macht das so. Wo ist denn diese Originalspur von dem Video? Die ist leer. Also, in dem Cut, warte mal, damit die Leute das auch sehen. In dem Cut ist, in dem, was man hier sieht, ist es ja leer. Es ist kein Signal. Anleon? Ja, genau. Krass. Also, das Ding ist so, die zweite Spur unter dem Video, ja. Die sozusagen übereinstimmen mit den Haltstellen. So, ey, die sollen jetzt einfach mal vergrößern. Guck dir das mal an. Sogar von dir. Ich hab Bildschirmfoto gemacht. So, man sieht so, dass die beiden Spuren gar nicht übereinander sitzen. Ja, Bro. Wenn du was bei WhatsApp per Videocall aufnimmst, also per Bildschirmaufnahme, dann wird der Ton immer stumm geschaltet, weil das rechtlich nicht erlaubt ist. Natürlich ist die Audiospur gemutet, weil der nichts aufgenommen hat. Vor allem, seit wann kann sich Mock eigentlich ein Handy leisten? Sinan soll übrigens laut der Aussage von mehreren Leuten jetzt erstmal untergetaucht sein und auch das Land verlassen haben. Komplett verständlich, weil es gibt einfach nichts mehr, womit man das verteidigen könnte. Einige Leute haben auch gesagt, dass das einfach nur Dirty Talk ist, im Sinne von so, er will einfach Grenzen überschreiten, damit er dann von... Ja, das kann man ja machen, aber wieso muss man da ein Kind reinziehen? Wieso muss man... Man kann das ja machen. Ey, jeder hat Fetische und es gibt übelst kranke Fetische. Dann mach das privat, aber doch nicht so eine Scheiße. Dann mach das mit der Frau raus. Dann sag, hier, ich mag das erniedrigt zu werden. Ich mag das, wenn du mich beleidigst. Ich mag das, wenn du mich schlägst. Das ist ja alles okay, wenn man das im Rahmen von den zwei Partnern macht. Und wenn man das im Rahmen von Erwachsenen macht, das ist ja auch in Ordnung, aber nicht ein Kind reinziehen. Warum? Warum muss man da... Das kann man null damit rechtfertigen. Warum muss man da ein Kind reinziehen? Das kann man doch unter Erwachsenen im Privaten ausmachen. Da hat doch keiner ein Problem damit. Wenn ihr euch gegenseitig beleidigt oder wenn ihr es cool findet, euch gegenseitig Sex schreiben oder sowas, ist doch vollkommen legitim. Dann macht das aber privat. Und solange ihr erwachsen seid, ist das doch in Ordnung. Aber zieht doch nicht irgendwie andere, gerade auch Kinder, zieht doch keine Kinder mit rein. Der Frau beleidigt wird, als sein Fetisch quasi runtergemacht zu werden. Selbst wenn das so wäre, ändert das halt nichts daran, dass Kinder überhaupt nichts mit irgendwelchen sexuellen Handlungen zu tun haben sollten. Wenn das jetzt ein Satz gewesen wäre, dann könnte man vielleicht noch drüber diskutieren, das zu sagen. Aber Bro, das ist ja elf Minutenaufnahme gewesen. Er wollte ja sogar das zweijährige Kind vor der Kamera sehen. Und selbst wenn es ihm nur darum geht, dass er fertig gemacht wird. Bro, Kinder, selbst wenn es nur Dirty Talk ist und die Person nicht mal echt wäre, also die Nichte, wäre es vollkommen egal. Weil das geht nicht. Ich glaube, es gibt tausend andere Möglichkeiten, sich von einer Frau runter machen zu lassen, ohne dass man Kinder involvieren muss. Gerade im Blickpunkt darauf, dass diese Aufnahme jetzt hier anscheinend doch echt ist, ist das Statement, was die Nanjee dazu gemacht hatte, wirklich absolut lächerlich. Ich meine, wir schauen einfach mal rein. Am Anfang zeigt er zum Beispiel folgenden Beschluss. So, das ist ein Beschluss vom Landgericht. Das ist ja auch übelst geil, ne? Er hat ja im Statement gesagt, dass er jetzt dagegen vorgeht, ne? Dass so Gerüchte, wie er es gesagt hat, ich glaube, Gerüchte hat er gesagt, verbreitet werden, ne? Dass er jetzt gegen bestimmte Influencer und gegen bestimmte Leute, auch gegen die Frau, ne? Ähm, na, dass er jetzt was dagegen unternimmt. Aber hier steht ja auch nichts dazu. Also, das kann ja sonst was für ein Beschluss sein und das kann ja sonst was sein. Hier steht ja gar nichts dazu. Das kann ja, das kann ja ein ganz anderes Thema hier sein. Der Beschluss kann ja vielleicht um eine Anzeige von ihm sein. Vielleicht hat er irgendwie gerade eine Anzeige am Laufen. Und da hat jemand angezeigt, dass er aber nichts mit der Thematik zu tun hat. Also, hier erkennt man nichts in dem Beschluss, dass irgendwas aussagt, dass es mit der Thematik zu tun hat. Das kann ja sonst was für ein Beschluss sein. Das kann ja auch sein, dass er vor zwei, drei Tagen jemanden beim Clown erwischt hat und er hat ihn dann angezeigt. So, also, hier steht ja nichts dazu. Also, kein Brief von meinem Anwalt, sondern vom Landgericht. Also, wie ihr sehen könnt, ist das hier kein Spaß mehr. Es wurde ein Ordnungsgeld verhängt, weil die besagte Person offenkundig lügt. Fake-Interviews macht und Lügen verbreitet. Das kann trotzdem über jeden sein. Okay, du zahlst halt irgendeinen Beschluss, wo jemand Geld zahlen muss. Aber um welche Aussage es geht, also was genau denn jetzt falsch gewesen ist, sagst du einfach gar nicht. Das kann ja um eine ganz andere Aussage gehen. Das kann ja um eine Aussage gehen, weil, keine Ahnung, jemand hat mal unter seinem Profil gepostet, ey, was hast denn du für eine Frisur? Sieht total behämmert aus, geh mal zum Friseur. Und da hättet ihr den ja auch anzeigen können. Ihr verbringt auch nicht, hat mich beleidigt und sowas. Also, wir wissen gar nicht, das hat gar keine Relevanz. Das hat absolut keine Relevanz. So, der Beschluss kann über alles sein. Das hat absolut keine Relevanz, der Beschluss. Das Geld verhängt, weil die besagte Person offenkundig lügt. Und sowas kann man halt auch fälschen. Ja, okay, du zeigst halt irgendeinen Beschluss, wo jemand Geld zahlen muss. Aber um welche Aussage es geht, also was genau denn jetzt falsch gewesen ist, sagst du einfach gar nicht. Dann geh doch mal richtig darauf ein und sag uns, was für ein Beschluss das ist. Was genau darf man denn nicht über dich sagen? Wo war denn der Fehler? Ich meine, das könnte wirklich alles sein. Vielleicht hat das gar nichts mit diesem Fall zu tun. Wir wissen es einfach gar nicht. Geiler Beweis, Bro. Auch die nächste Aussage ist echt bescheuert. Wer will wirklich Kinderschutz oder Kinderschützen? Geht es wirklich um Kinderschutz? Also wenn es hier um Kinderschutz geht, warum verbreitet man Nacktvideos von mir? Was ganz junge Menschen im Internet sehen können. Geht es also hier wirklich um Kinderschutz? Er versucht hier halt einfach... Das ist auch, ne? Das hat absolut keine Relevanz, ne? Anstatt er wirklich auf das eingeht, worum es geht und er weiß ganz genau, dass es um die 11 Minuten geht. Anstatt er auf die Vorwürfe eingeht und Stellung dazu bezieht, in irgendeiner Form Stellung bezieht, fängt er jetzt an, das Thema umzudrehen und zu sagen, ey, ne? Also ich finde das nicht gut, dass von mir irgendwelche Nacktvideos, Nacktfotos verbreitet werden. Das hat nichts mehr mit Kinderschutz zu tun. Es geht ja nicht um deine Nacktvideos und Nacktvilder. Es geht um die Memo. Um den Anruf. Und bezieh dich doch mal da drauf. Bezieh dich doch einfach mal auf den Anruf und erklär uns mal, wie du da drauf gekommen bist. Was für Gedanken du da hattest. Verteidige dich doch mal. Bezieh dich doch da drauf. Um die Nacktbilder. Keiner... Ich habe nirgendwo gelesen, dass jemand geschrieben hat, ja, ich finde ja scheiße, dass hier Nacktbilder von ihm gepostet werden und überall rumgeschickt werden. Das geht ja mal gar nicht. So, es gibt es genug. Wenn ich mal überlege, ich war schon mit 14, habe ich schon Seiten gesehen. So, wo man vielleicht mit 14 hier unbedingt drauf gehen sollte. Ganz einfach, wo dann gefragt wird, bist du 18? Ja, nein. Klar, klickt man da auf ja und guckt sich die Seiten an und sieht, oh, das sind ja nackte Menschen. Die brauchen ja irgendwie eine Regenjacke. Die haben kein Geld. Dann spendet man da Geld hin im Livestream. Und dann sagt man hier, kauf dir mal eine Regenjacke. Sieht ganz schön kalt aus. Du scheinst ja nicht so viel Geld zu haben. Hier. Es geht ja wirklich um das Gespräch. Dass er ein Kind sexualisiert hat. Aber darauf geht er halt null ein. Weil er, keine Ahnung, weil er irgendwie Angst hat auf die nächsten Reaktionen. Aber er macht das halt dadurch schlimmer. Dass er nicht drauf eingeht, macht er sich bestimmt für viele verdächtiger. Verbreitet man Nacktvideos von mir? Ich würde mich sofort verteidigen, sofort. Was ganz junge Menschen im Internet sehen können. Geht es also hier wirklich um Kinderschutz? Er versucht hier halt einfach, und das macht er mehrmals in diesem Statement, eine Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also diese Aufnahmen sind vielleicht nicht korrekt, aber euch geht es doch sowieso nicht um den Kinderschutz. Also diese Aussage von ihm ist so dumm, dass ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da jetzt vernünftig darauf eingehen soll. Also erstmal, nicht jeder, der dich dafür kritisiert, verbreitet ja auch diese Videos von dir. Das ist schon mal das Erste. Und selbst wenn das so wäre, dürfte man dich doch trotzdem dafür kritisieren. Es ist doch ein Unterschied, ob du elf Minuten lang in einem Videocall über sexuelle Handlungen mit einer Zweijährigen sprichst, oder ob jemand ein Video von dir verbreitet, wo du dir einen runterholst. Genauso das hier. Ja, und es gibt Sachen, wo der Anwalt zum Beispiel sagt, ey, dazu darfst du dich äußern, dazu darfst du dich nicht äußern. Das ist auch Schwachsinn. Also, beim Verfahren darf er natürlich bestimmte Details halt nicht sagen. Beispiel bei mir damals, vor 2005 war das, wo das viele, die meine Real-Life-Stories kennen, die wissen das, was mit meiner Mutter passiert ist. Und da durfte ein Verfahren, durften bestimmte Details nicht an die Öffentlichkeit geraten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Aber man darf ja trotzdem Stellung dazu nehmen. Also, niemand spricht ihnen das Recht in dem Moment ab, sich zu verteidigen. Niemand spricht ihnen das Recht ab, niemand. Er darf ja trotzdem drauf eingehen und sagen, hier, so und so sieht das aus. Ganz einfacher Punkt. In die Materie komplett reingehen und zu allem irgendwas sagen. Ja, weil es läuft aktuell ein Verfahren. Also, inwiefern darfst du dich denn gar nicht dazu äußern? Ja, okay, es ist ein laufendes Verfahren. Du könntest doch aber trotzdem sagen, hey, die Aufnahmen sind gar nicht so, das ist zusammengeschnitten oder sonst irgendwas. Man merkt halt deutlich während dem gesamten Statement, dass er nicht zu diesen pädophilen Verwürfen sagen möchte. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass die ja höchstwahrscheinlich echt sind, dann kann man sich auch schon denken, warum er das Thema nur so ganz oberflächlich so ein bisschen behandeln möchte wahrscheinlich. Genauso auch das hier. Wenn es so ist, wie es dargestellt wird, wie man mich versucht darzustellen, geh doch zur Polizei. Warum werde ich nicht angezeigt? Warum gibt es kein Verfahren gegen mich? Ja, also lustigerweise. Es gibt ja viele Rapper und alles drum und dran, die sofort, wenn sie Streit haben, sofort zur Polizei gehen und alles drum und dran. Kennt man ja. Hat die Polizei jetzt tatsächlich bestätigt, dass es ein Verfahren gibt. Und die Mutter der Nichte wurde wohl auch schon angeschrieben, dass das Ganze vor Gericht gehen wird. Das habe ich allerdings nur im Internet gefunden. Man muss ja auch noch dazu sagen, was ich ja auch gelesen habe, sie hat ja gesammelt. Sie wollte ja genug sammeln, wirklich genug sammeln, dass sie halt wirklich was hat und womit sie ein Verfahren eröffnen kann. Von mehreren Leuten auch unabhängig voneinander, die das gepostet haben. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass die Polizei hier ermittelt, ist tatsächlich ein Fakt. Also, ja, tut mir leid, Bro, die Aussage ist jetzt nicht so gut geeilt hat auf jeden Fall. Aber mit am besten ist eigentlich diese Aussage hier von Sinan. Ich habe was Schlimmes angeblich getan, geh doch zur Polizei. Warum sitze ich noch in Freiheit? Also, nur mal so nebenbei. Als Bushidos Frau mit den Zwillingen schwanger gewesen sind, ist Sinan mal irgendwie da vor die Tür gegangen und hat da Stress gemacht. Das hat Bushido auch gestern in einem Stream erzählt. Ich meine, wenn Bushido irgendwas gemacht hat, warum bist du denn da nicht zur Polizei gegangen? Oder warum hast du mit Leuten wie Manuel Elsen und so weiter gechillt, die ja auch nie zur Polizei gehen, sondern immer alles mit Ansagen, Bedrohungen und sonst irgendwas klären? Also, du und deine Leute, ihr seid doch die Letzten, die selbst, wenn jemand eine Straftat begangen hat, wie zum Beispiel Beleidigung oder whatever, zur Polizei gehen. Aber erwartest du das jetzt von anderen oder was? Was ist das denn für eine komische Doppelmoral? Du wärst doch auch der Letzte, der zur Polizei gehen würde oder nicht? Die Frau, mit der Sinan übrigens dieses Gespräch hatte, hat sich in einem Statement auch nochmal gemeldet und die sagt unter anderem auch das hier. Dass man behauptet, ich hätte sie ihm regelmäßig in die Kamera gehalten, stimmt nicht. Er hat sie, wie gesagt, einmal durch einen blöden Zufall gesehen und hat sie danach nicht mehr wieder gesehen. Er hat aber ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt, Neigungen gezeigt, öfters nach ihr gefragt, was ich sehr auffällig fand und weshalb ich dann angefangen habe, das zu dokumentieren, um halt Beweise zu sammeln. Er war sehr respektlos, hat mich sehr oft angeschrien, weshalb ich auch nichts mehr dazu sagen konnte und sagen wollte, weil ich bin nicht für sein Verhalten verantwortlich, für seine Neigungen verantwortlich. Ob das Ganze jetzt so stimmt, also dass er öfter nachgefragt hat und so, das wissen wir jetzt natürlich nicht, kann aber natürlich ganz gut sein. Tja, was kann man abschließend dazu sagen? Ich persönlich finde das halt super schwer, weil natürlich sollte man kein Vorverurteilen. Und es zählt natürlich auch immer noch die Unschuldsvermutung. Es sieht für Sinan aber wirklich hier überhaupt nicht gut aus. Sollte es tatsächlich stimmen, dass diese Aufnahmen echt sind, dann also erstmal kannst du deine Karriere komplett beenden und dann bitte, Bro, such dir auf jeden Fall Hilfe und halte dich von Kindern fern. Auf jeden Fall. Also das wirklich auf jeden Fall bitte, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Wie gesagt, Sinan ist wahrscheinlich jetzt irgendwie erstmal untergetaucht und hofft wahrscheinlich, dass das Thema in den nächsten Wochen oder sowas wieder abflacht. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Vor allem Roos tut mir hier halt wirklich auch so ein bisschen leid. Obwohl, ne, tut mir nicht leid, Digga, schnell das raus. Scheiß auf den. Was sagt ihr dazu, wie wird das Ganze weitergehen? Wird irgendwann Sinan G nochmal zurückkommen und wieder streamen und andere Sachen machen? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann, meine Freunde. Also ich glaube, der hat sich das komplett verspielt. Der hat sich das wirklich absolut komplett verspielt, dass der nochmal die Möglichkeit bekommen könnte, nochmal Fuß zu fassen. Und der sollte in meinen Augen auch nicht die Möglichkeit bekommen. Klar, man sollte immer noch die Unschuldsvermutung wahren. Man sollte auch immer neutral an solchen Themen rangehen. Aber es wird halt immer schwieriger. Es wird halt immer schwieriger, umso mehr rauskommt. Und ja, das zeigt halt jetzt die Zukunft. Und wenn sich das dann halt bestätigt, ja, dann, ich habe es mir damals in so einem Video gesagt, definitiv, such einen Arzt, guck, dass du irgendwie Hilfe bekommst und regel das, klär das. Wird halt schwierig für dich wieder irgendwie in der Musik-Pranche irgendwie nochmal Fuß zu fassen. Definitiv. Ich glaube, das kriegst du gar nicht mehr hin. Aber du hast, glaube ich, auch ganz andere Sorgen. Also wirklich ganz andere Sorgen, außer, ja, wie werde ich wieder guter Werber? Aber ich glaube, du sollst da, wenn sich das alles wirklich noch mehr und noch mehr bestätigt und immer mehr noch rauskommt, hast du wirklich andere Sorgen. Und dann solltest du erstmal da dran arbeiten. Und ich denke mal, sowas wird ja auch ein paar Jahre dauern. Und dann vielleicht in, keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video von KuchenTV an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wortschreiben da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.